... zwischen Nervenzellen und Gehirn, das kommt zu neurologischen Ausfällen. Siehstörungen, Schwindel, Muskelschwäche, das sind alles typische Symptome von MS. Mein Körper gehört nicht mehr mehr. Ich lass mich aufwachsen. Schau mal, wie du gehst. Was ist denn los? Der Arsch, das sagt man nicht. Das stimmt aber recht. Der sagt, du bist betrunken, weil du so komisch gehst. Die Frau ist nicht betrunken, die ist arm und krank. Das stimmt, aus! Untertitelung des ZDF, 2020